So, dann hatte ich ja für den Spider-Blog halt dieses, dieses, jetzt mal den Live-Feed gemacht. Wir haben uns halt den Live-Feed durchgelesen und live auf Spider-Blog auf der Seite von Facebook zum Spider-Blog berichtet, was da gerade so alles abgeht. Fast so, als wären wir selbst vor Ort. Eigentlich total lächerlich, weil kann sich jeder den Live-Feed selber durchlesen, von daher, aber naja. Nur bin ich extra wach geblieben dafür, dann habe ich es auch gemacht. Ja, Spider-Man Homecoming. Man kam auf die Bühne und sagte, ja, ey, voll krass, dass wir den Film machen können, weil Sony so nett war, mit Klammern so verzweifelt war, uns denn doch endlich mal die Rechte für Spider-Man zu geben. In dem Sinne nochmal, Dank an Amy Pascal, bla 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 bla. War nichts Spannendes. Dann kam halt, ja, wird ein Highschool-Film, das wusste bisher auch noch keiner. Dann wurde nochmal der Cast auf die Bühne geholt. Toll, dachte ich mir. Kennt auch noch keiner. Der wurde dann immerhin später nochmal benannt, nach dem Panel, aber... Also mit Rollennamen versehen. Aber so ansonsten war das Spider-Man Homecoming-Panel im Prinzip überflüssig. Abgesehen davon, dass ein bisschen Material gezeigt wurde, aber davon hatten wir ja leider nichts, außerhalb von Halle 8. Äh, Halle H. Weil halt, ne, war halt Halle H exklusiv und wir haben davon nichts gesehen. Soll angeblich der Geier gewesen, äh, gesehen, zu sehen gewesen sein. Aber naja, wir haben irgendeine blöde Konzeptzeichnung bekommen, die irgendwie, naja, ich finde so geil sieht der Geier da drauf nicht aus, aber... Egal. Egal. Das Videomaterial, was gezeigt wurde, wurde beschrieben als einen Tag im Leben des Peter Parker. Ich hab mir da mal so eine Zusammenfassung durchgelesen. Klang recht interessant. Aber ich glaub halt nicht, dass es so, ach, so toll und cool wirkt, bevor ich es nicht selber gesehen habe. Von daher, Herr Marvel, irgendwann mal sowas wie, wie... Material, Leak und Versehentlicher kann ja nicht schaden, ne? Wahrscheinlich wird der erste Teaser für den Film irgendwann so in die Weihnachtszeit kommen. Wahrscheinlich mit Rogue One. Würde ich jetzt einfach frech vermuten. Leider. Vorher werden wir wahrscheinlich nichts weiter sehen von Spider-Man. Und wie lustig, wenn die Kühe nicht um ihr Leben schreien. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ich schlag nur auf euch ein. Ich hoffe, dass das Schwert es noch eine Weile durchhält. Wahrscheinlich weniger und ich darf ja gleich mit einer Axt vorgehen. Nehme ich halt die Axt. Und hoffe, dass die was bringt. Dann nimmst du halt eine Holz-Axt. Tut doch nicht so. Ob eine Holz-Axt weniger oder mehr Schaden macht oder genauso viel. Das wäre vielleicht mal interessant rauszufinden. Na, wenigstens werden wir jetzt die Holz-Axt ein bisschen leerer hier. Gehen wir sowieso schon auf den Sack im Inventar. Dauernd verballern die den ganzen Platz, den ich für was anderes brauche. Ah, ist doch ein schöner Morgen. So mit Genozid an Kühen. So mittendrin ein bisschen was einsammeln. Könnte ich ja, wie gesagt, in der richtigen Welt nicht. Tiere, die ich selber großgezogen habe, auch noch niedermetzeln. Das ist nicht so ganz mein Stil. Und jetzt ist mir das ausgegangen, was natürlich doof ist. Ich muss mal kurz was essen, sonst verhungere ich hier beim Kühe abschlachten. Wäre doof. Ja, komm, rammelt mich an. Versucht es doch. Wollte schon sagen Geschweine, aber ihr seid ja Kühe. Ich hoffe, da kommt auch noch ein bisschen Leder bei rum. So, jetzt verkloppe ich euch mit Koteletts. Was haltet ihr dann davon, hä? Ich könnte auch die Schaufel nehmen, aber das Spanken ist, glaube ich, out mittlerweile. Oh, die eine Kuh da hat gerade echt zweimal Fleisch und zweimal Leder abgeliefert. Das ist ja, wow. Das war eine gute Kuh. Hätte ich vielleicht behalten sollen. Und als, äh, hier Dings, ne, Zuchtgrundlage nehmen. Ergiebige Kühe. Immer gern gesehen. Ich glaube, ich habe die jetzt alle schon so krass vorbearbeitet mit der Axt, dass sie jetzt beim leisesten Hauch meiner Faust umfallen. Ist ja nicht so, als wäre ich der Prinz aller Saiyajin oder so, der das einfach mal so machen könnte mit Fist, 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 Fist. Oh, es könnte mal langsam in die nächste Dragon Ball Super Folge rauskommen. Da war jetzt eine Woche Pause. Ist anstrengend, möchte ich meinen. Dafür hat One Piece nächste Woche mal wieder eine Kapitelpause. Das ist echt, äh, ey. Dass die mal mit ihren Pausen haben, die Japaner. Vor allem immer so willkürlich, wie mir scheint. So, habt ihr hier noch irgendwas? Ja, wusste doch, ihr versteckt Leder von mir. Böse Kühe. So, ihr habt kein Schwert mehr. Oh, keine Axt. Braucht ihr aber eine Menge Leder. Und eine Menge Fleisch. Du hast ja bereits mal eins. So, dann. Nehmen wir noch die beiden Äxte mit, damit die auch mal langsam ihr Ende finden. Und ein wenig Eisen. Ist das Leder hier drin? Hier ist das Leder drin. Sehr schön. Leder en masse. Hä? Ah, da. Das packe ich mal zum Leder, weil das brauche ich auch bald. Wenn es wieder daran geht, Bücher zu machen. Ihr kennt das Spielchen ja mittlerweile. Ist ja nichts Neues, was ich euch hier erzähle. So, jetzt kommen wir auch hier hin. Dann sortierst du das Ganze schön. Und dann ist es gut. Jetzt muss ich mal kurz Gedanken sortieren. Ich wollte hier hin. Genau. Weil ich brauche Schwert. Ohne Schwert nichts wert. Ich fahre uns mal gleich mal wieder ein paar neue Dings hier. Schatteneichenbäume. In der Hoffnung, dass die sich ausgefaltet haben, bevor ich zurück bin. Eins, zwei. So, kommen wir hier weg. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei. Vier. 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 Un, deux, trois, quatre. So. Vier, wier, wier. Jetzt mal, wenn ich mich hier rüber erinnere. Dann denke ich mir, ich trete irgendwie auf eine Quietscheente drauf oder so. Klingt ganz seltsam. Na ja, wie gesagt, bei Spider-Man Homecoming ist nicht viel bei rumgekommen. Leider. War im Prinzip die gesamte Berichterstattung für die Katz. Und dann kam natürlich wieder der Spielverderber des Abends. Guardians of the Galaxy hat dann quasi Spider-Man von der Bühne geschmissen und musste da sein kleines Musical aufführen. Das sind so Momente, weißt du, du stehst dann da so als Spider-Man Reporter, willst irgendwelche News haben, kriegst die ganzen Scheißerzähler, die du sowieso schon weißt. Und dann kommt ja der heilige Guardians of the Galaxy Film und muss erst mal die Show des Abends abliefern. Die Penner, die. Bei sowas wäre ich dann leicht ungehalten. Ich meine, ja, ich mochte den ersten Teil. Aber Fans des ersten Teils haben ihn mir irgendwie kaputt gemacht. Weil die haben den sowas von überpriesen, dass es irgendwann einfach nur noch lächerlich war. So fällt gleich wieder der super krasse Typ auf mich runter und macht... Nee. Nee. Sein Glück. So, dann baue ich mal das hier ab. Und ersetze das durch einen Holzbalken. Dann komme ich hier nämlich mal langsam zu irgendeinem Ergebnis. Vermutte ich. Der kann eigentlich auch weg, ja, doch kann auch weg der Kran. Vielleicht ein bisschen schade um die Sandbank, aber die Sandbank ist im Prinzip ja gerade die Foundation für diesen Turmausläufer. Ich bin mir gerade noch gar nicht sicher, was das werden soll, was ich hier mache. Aber ich mache erst mal, ne. Vielleicht wird das denn hier mein Leuchtturm. Bevor ich da unten Rapture reinbaue. Das wäre es eigentlich. Für diese Schmälerung, die mir diese Viecher hier aufgedrückt haben, müsste ich jetzt eigentlich deren Haus da inversieren und in eine Unterwasserstadt umbauen. Das fände ich eigentlich ganz geil. Aber das müsste ich denn dazu machen. Ich glaube, die Viecher, die spawnen nur im Trockenen. Äh, nur da, wo Wasser ist. Andersrum, also gerade nicht da, wo trocken ist. Da sind sie wieder, die Penner. Und ansonsten, ja. Muss ich halt trockenlegen irgendwie, das gesinzte Ding. Mit Eimern. Also mal versucht, so ein Ding trocken zu legen, vergiss es einfach. Ich habe es mal mit einem Schwamm probiert, im Kreativmodus. Hat auch zwei Stunden gedauert. Und dementsprechend habe ich da nicht viel Hoffnung, wenn ich überlege, wie wir das Ding hier im Survival-Modus trockenlegen wollen. Vor allem, der ist ja wirklich tief unter Wasser und nicht nur einfach mal so in der Oberfläche. Würde da wenigstens was rausgucken, dann könnten wir da mit dem Boot hinfahren und uns herabseilen oder irgend so ein Ding. Aber so sehe ich da ja gerade echt schwarz. Könnte daran liegen, dass es gerade Nacht wird. Ich renne mal zurück zum Bettelchen. Weil ich das mal langsam herholen sollte, damit ich nicht jedes Mal noch da hinten rennen muss. Und ich könnte die Fackeln hier auch am Rand mal anbringen, damit es heller ist. Ich kann keine rebellischen Kühe gebrauchen. Die hätte später nur sich für was Besseres gehalten, hätte sich irgendwie weiß-blau angeschminkt und wäre ihr Randare gelaufen. Soweit lassen wir es nicht kommen. Weiß eigentlich einer, warum die Frames gerade so im Keller sind? Ne, wa? Keine eine Schimmer. Hier waren die Kühe drin, hier waren die Kühe nicht drin. Hier waren die Kühe drin, hier waren die Kühe drin. So. Komm, noch zwei. So, ein Bäum ist gewachsen. Aber auch gerade erst und nicht eben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Einer noch, einer noch, einer noch. Pabam, da hast du, her damit. Da so, ein neuer Stack. Spielfass, äh, viel Spaß. Schön zu sagen, was ist mit den Kartoffeln hier, dass die irgendwie so, so, stiefmutterlich behandelt werden. So, ich werde gerade da hinten beim, beim Ausfuchsen von irgendwelchen grandiosen Sachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Fackeln bräuchte ich, um hier die Brücke zu erleuchten. Ich habe zehn. Was ist das für eine beknackte Sache, die ich hier gerade umsetze? Alles, was ich habe, ist irgendwie so ein, so ein riesengroßes, äh, Kreislein, das, um ein Wasserloch ist. Das ist gerade die Architektur an diesem Ort hier. Hoffenweise Kreise um Wasserlöcher rum. Und hier fehlen eindeutig so ne Slabels. Und einem Auto Slabs. Mist. Schöne Basten machen wir Kasten. Und der Kaste packen wir da, so hin. War hier so. So, Kasten, Kasten, gib mir Sachen. Und zwar dem hier. Da, so. Danke, Kasten. Vielleicht ein bisschen viel, aber das werde ich ja dann sehen. Mal aufpassen, dass mir nicht schon wieder das Ding auf den Kopf fällt. Sie haben Löffel. Was? Sie können nicht mehr Minen. Oh, das nervt mich am Auge. Das da unten. Extremst. Aber da komme ich gerade nicht ran, oder? Das ist dieses Mistvieh mich nervt. Vielleicht mit TNT? Nee. Gerade etwas zu drastisch, würde ich behaupten. Na so, was haben wir denn jetzt noch so alles im Inventar? Ein bisschen kreativ werden hier langsam. Ja, voll kreativ. Du hast den Zaun gezogen. Halt die Fresse. Äh, ja, eigentlich hast du recht. Das wollte ich gerade anders machen. Scheiße. Was machen die Bäume da hinten? Zwei von vier. Ich komme mal wieder weg. Die nehme ich doch anders. Die Foundation wird jetzt ein bisschen, ein bisschen aufgerüttelt hier mal.